malzeit leute habe mir überlegt nachdem wir heute live stream schon gemacht haben dieses video zu schieben boxen video und zwar 18.000 haben heute früh erreicht und habe gedacht komm haust du noch ein paar boxen raus im brawl pass und wir holen uns auf alle fälle erste mal den revolver hält cool das wird ganz geil den holen wir uns nämlich jetzt mal ab edler skin definitiv wahrscheinlich im shop schweineteuer revolver als schwein egal aus bin definitiv sehr sehr gut den haben wir uns geholt sagen wir mal erstmal die web seien mal zehn große box 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 wir wollen erstmal pin paket pin paket hitmann so auf aber was wir auf alle fälle machen wir verteilen jetzt mal schnell noch die punkte wir wollen mal hier ein bisschen auf und wir haben jetzt eigentlich nur noch unten bei unserer wo ist denn der kollege du der kleine guck was wir hier oben klar was man hier oben noch zu haben okay power punkt ist du bist mal 550 bekommen wer dann könnten wir nämlich den kollegen gleich noch versuchen eine power zu bekommen haben noch mal 100 und hier haben wir noch mal 50 ich würde sagen die kann man alle beide raushauen dann haben wir nämlich den kollegen da wo man haben wollen 550 genau und dann wenn man den anderen raushauen kriegt man nämlich dann wahrscheinlich eine box dafür das probieren wir gleich mal keinen 50 punkte halten alternative belohnung einfordern nein das machen wir jetzt noch nicht weil wir haben ja immer noch einen brawler auf nämlich den spike und vielleicht bekommen wir den kollegen spike irgendwie und auch geschmissen jetzt das wäre natürlich mega fett was mir keiner glauben würde wir fangen natürlich gleich an mit der fetten mega box logisch let's go die 1 blinkt ja gut gadget einfach ein paar baue einfach hatte ich noch gar nichts geil kann 24 zu machen ok nicht nur eine fütze 2 14 doppelfütze doppelfütze number doppelfütze number so sein aber cool ja jede blinkende 1 ist natürlich ein highlight logisch pin paket hätten wir uns auf haben wir gesagt so was haben wir noch brawler box unten ok 78 hätte passiert jetzt nichts mehr gesagt jedes mal jetzt die 1 bringt haben wir eine relativ hohe chance den spike noch zu bekommen obwohl wahrscheinlich die chance auf spike mies ist aber ein bauern crow habe ich ja nun mittlerweile auch nur aus großen boxen gezogen noch nicht mehr mehr aus mega boxen ja jetzt hast du die ganzen neue boxen aus 66 ja wurde gebrauchen große box let's go wow die 1 blinkt aber eigentlich verdammt wir haben das upgrade für dings noch nicht gemacht jetzt schon ja toll und einmal moment 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 wir müssen wir noch noch upgraden mensch damit er dann vielleicht doch noch die star power kommt beim 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 ok jetzt haben wir noch voller fälle oben aber jetzt hat er ja schon ok naja sehr geil gut ok haben wir den rest hier mal noch raus und was wir die mega box nehmen wir noch ein paar klunker rumliegen ja man eine große box ok per 128 box box kannst du eigentlich mittlerweile klemmen was willst du damit noch 133 ok große box 153 da müsste es ja für die hier nur 50 ja auch noch mal 100 hallo große box blitzker 135 ok und das immer schon durch mit unserem boxen 153 das hebe ich mir auf große box 110 braille box 77 große box nein 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 klunker klunker sind immer gut wir räumen die sache von hinten auf 43 und jetzt kommt bitte 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 kommt blink winz ne gadget oder star power kommen 425 425 alt das ist fett sehr übel fett nehmen wir mal hier oben die noch 100 ok mega box ok los kommt daumen drücken eine mega box ich will nicht viele goldstückchen habe ich möchte lieber eine blinkende 1 366 eine habe ich doch noch gesehen wo sie da sie können wir uns jetzt noch können los können 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 nicht blöde kuh im paket heben uns auf das ist nicht so wichtig und dann sind wir durch mit unseren maximal schnellen opening aus die maus das hätten wir uns noch auf die nächste mega box bekommen wir dann hier hinten ok naja auf alle fälle haben es geschafft ins du so weit frei zu schalten dass er jetzt auf alle fälle hoch was bekommen kann auch was bekommen können ok gut leute dann über zu sehen wir sehen uns dann im nächsten live stream oder video oder sonstiges dies das anders und über drei denken ihr seid nicht geil ihr seid super geil zum nächsten mal